Hey Leute, Kicks am Start. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr die verdeckte Ermittlungenaufträge am leichtesten erledigen könnt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die verdeckte Ermittlungenaufträge in Fortnite, die jetzt neu herausgekommen sind. Wir haben drei Wochen und sechs Tage aktuell noch dafür Zeit. Also absolut keinen Stress. Ich zeige euch jetzt, wie das alles funktioniert. Die erste Aufgabe da oben schließen wir erst ab, wenn wir alle anderen drei erledigen. Und die gehe ich jetzt mit euch durch. Die erste lautet, schließe Aufgaben in verdeckte Ermittlungenmatches ab. Die zweite lautet, eliminiere Spieler in verdeckte Ermittlungen. Das ist mit Abstand die schwerste Aufgabe. Das erkläre ich euch dann noch. Und spiele verdeckte Ermittlungenmatches. Das wird von ganz von alleine gehen, denn die Matches müsst ihr sowieso machen. Ihr geht einfach hier auf die verschiedenen Modis und wählt dann verdeckte Ermittlungen aus. Momentan ist es Gold anwesend. Ich denke mal, dass da auch noch ein paar durchwechseln werden in der nächsten Zeit. Wenn du nichts mehr rund um Fortnite verpassen willst, lass mir doch gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke. Wenn du mich unterstützen möchtest, würde es mich sehr freuen, wenn du meinen Creator-Code Kicks-Tipps bei Fortnite alle 14 Tage eintragen würdest. Wir sind jetzt hier in der Lobby und warten ab, bis das Spiel beginnt. Da könnt ihr noch nicht sonderlich viel machen. Hier ist es einfach nur chillen, bis das Spiel beginnt. Das dauert auch nicht allzu lang. Wir starten jetzt als erstes mit der Aufgabe, bei der ich euch zeige, wie man die Aufgaben erfüllt. Also aus der Sicht des Butlers. Man ist entweder immer Butler oder Spion in diesem Spielmodus. Am Anfang sieht man das noch nicht an dieser Farbe, sondern man sieht es wirklich erst, wenn das Spiel lädt. Dann steht hier auf dem Bildschirm in diesem Fall, you are a Butler. Also wir sind dann praktisch auf dieser Seite, die dann die Missionen erledigen kann. Also müssen wir einfach nur hier gehen zu diesen Uhren zum Beispiel und dort das Ganze aktivieren. Und dann haben wir schon eine Aufgabe erledigt. Aber nicht alles, was man da sieht, sind Aufgaben. Also hier kann man zum Beispiel sich irgendwie Speedboosts geben und so weiter. Das benötigt ihr jetzt nicht, um die Aufgaben abzuschließen. Aufgaben erkennt ihr immer daran, wo man die Uhr platzieren soll. Und es gibt noch einen weiteren Trick. Und zwar erkennt man das auch an diesen gelben Dingern hier. Also wenn das so gelb funkelt, dann könnt ihr dort immer eure Aufgabe erledigen. Wenn die Uhr dort bereits platziert ist, dann war halt schon jemand anders an diesem Platz. Dann müsst ihr euch was anderes überlegen. Dann geht ihr entweder zum nächsten Ort oder wenn das Spiel schon sehr weit fortgeschritten ist, könnt ihr das Spiel auch verlassen und neu starten. Ihr müsst halt dann immer bedenken, dass dann der Spielspaß für die anderen ein bisschen verloren geht, wenn ihr die ganze Zeit das Spiel neu startet. Aber bei der einen oder anderen Mission werdet ihr fast nicht drum herum kommen. Dazu komme ich dann später nochmal. Natürlich wird dann am Ende gevotet, wer wird rausfliegen. Das Ganze ist dann so Ormang-Ans mäßig. Das kennen ja die meisten von euch. Jetzt haben wir die schwere Mission, bei der wir drei Eliminierungen machen müssen. Dazu müsst ihr ein Spion sein, so wie ihr es hier seht. Das ist eben relativ selten, weil es wenige Spione gibt. Und dazu müsst ihr das Spiel vielleicht öfter starten, damit das Ganze mal klappt. Oder ihr spielt einfach mehrere Matches, solange bis ihr halt mal der Spion seid. Ihr müsst dann erstmal so rumlaufen und so tun, als hättet ihr nichts zu verbergen. Und erst wenn in diesem Bildschirm auftaucht, Weapons ready, dann kannst du erst jemanden eliminieren. Und dann musst du dir jemanden suchen, am besten einen, der abgelegen ist. Denn die anderen müssen dich ja aufdecken. Das heißt, wenn du einen findest, der alleine ist, dann zack, haust du ihn um mit R2. Also da, wo du halt normalerweise schießt. Danach wird gevotet, wenn du Pech hast, fliegst du raus. Du kannst dann zum Beispiel von dir ablenken, entweder im Voice-Chat. Oder du skippst einfach diesen Zug, dass du sagst, du hast niemanden gesehen. Oder du schiebst die Schulter auf jemanden anderen und schießt jemand anders ab. So wie man das eben von Among Us zum Beispiel kennt. Und ihr müsst halt einfach schauen, dass ihr nicht eliminiert werdet gleich mal am Anfang. Denn ihr braucht insgesamt drei Kills. Wenn ihr das schafft, dass ihr in der zweiten Runde seid, könnt ihr natürlich gleich wieder jemanden eliminieren. Und ihr braucht halt insgesamt drei Kills. Wenn ihr mal nicht wisst, ob ihr Spy oder Butler seid, dann könnt ihr hier hingehen und dann nachschauen. Das Gefährliche ist halt, dass dann dort auch Gegner sind, die das sehen können. Das heißt, ihr müsst schauen, dass dann wirklich keiner in der Nähe steht. Aber dann könnt ihr da mal nachschauen, falls ihr das übersehen habt. Beim letzten Kill könnt ihr natürlich auf Risiko gehen, weil es dann egal ist, wenn ihr aufgedeckt werdet. Aber wenn ihr aufgedeckt werdet, kann es halt sein, dass ihr eliminiert werdet, so wie ich jetzt hier. Und da verabschiede ich mich auch schon. Hört auf das Laman End Card. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer Keks. Shhh. Shh. Shhh. Bis zum nächsten Mal.